Hallo, mein Name ist Thomas Klusmann und seit ich 2011 Gründer.de gestartet habe, wird mir immer wieder eine Frage gestellt. Wie erhalte ich ein passives Einkommen? Passives Einkommen ist ein viel diskutiertes Thema, aber fast keiner weiß, was es damit wirklich auf sich hat und wie viel Einkommen sich tatsächlich damit generieren lässt. Ich glaube, zu keinem anderen Thema kursieren so viele falsche Versprechen im Internet. In einem normalen Beruf bekommt man ein Gehalt ausgezahlt, wenn man arbeiten geht. Es ist also ein direkter Tausch von Arbeitszeit gegen Geld. Bei passiven Einkommen ist das anders. Hier kommt Geld jeden Monat auf deinen Bankkonto, ohne dass du dafür einer regelmäßigen Arbeit nachgehst. Bevor wir uns hier falsch verstehen, passives Einkommen bedeutet nicht, dass du nichts für dein Geld tun musst. Vielmehr muss man gerade am Anfang teilweise sehr hart arbeiten, damit man am Ende dann abschöpfen kann. Passives Einkommen gab es schon immer. Zum Beispiel ein Musiker, der eine CD einmalig erstellt hat, kann teilweise auch noch Jahre später davon leben, weil diese dann immer noch verkauft wird. Doch erst durch das Internet entstehen regelmäßig wieder neue Möglichkeiten, die es jedem Menschen dann ermöglichen, sich ein attraktives Einkommen aufzubauen. Und genau darum geht es in meinem neuen Buch, Kickstart Passives Einkommen. Mein neues Buch zeigt, wie man sich ein attraktives, passives Einkommen im Internet aufbaut. Ich habe dieses Buch dabei ganz bewusst nicht alleine geschrieben, sondern lasse acht meiner ehemaligen Coaching-Teilnehmer darin zu Wort kommen, mit denen ich gemeinsam ein passives Einkommen aufgebaut habe. Denn passives Einkommen ist weder Zufall, noch einigen wenigen Auserwählten vorbehalten. Dieses Buch wird dir in acht genialen Erfolgsgeschichten erklären, was passives Einkommen ist und wie es funktioniert. Das Buch wird dir einen Weg aufzeigen, wie auch du dir ein passives Einkommen aufbauen kannst. Wer sich jetzt fragt, ist passives Einkommen auch für mich geeignet, dem möchte ich sagen, dass es grundsätzlich erstmal für jeden Sinn macht. Denn passives Einkommen bietet Sicherheit. Es macht einen unabhängig von einem Arbeitgeber und kann sogar eine ganze Familie ernähren und mehr. Aber bitte verfalle nicht dem Glauben, dass du über Nacht reich werden kannst. Ein attraktives Einkommen aufzubauen bedeutet auch Arbeit. Der Unterschied ist, dass die Arbeit mit der Zeit immer weniger und weniger wird und nicht wie bei einem normalen Beruf konstant bleibt. Um das zu erreichen, brauchst du ein System, das zunächst aufgebaut werden muss. Wie auch du passives Einkommen aufbauen kannst, erfährst du im Buch. Auf über 200 Seiten erwarten dich hier drin, nämlich die Geschichten von acht ganz normalen Menschen, die es geschafft haben. Das Buch ist einfach und verständlich geschrieben. Ich wollte niemanden damit mit komplexer Fachsprache beeindrucken, sondern ich will, dass dir maximal verständlich das Thema erklärt wird. In den acht Fallbeispielen siehst du die unterschiedlichen Wege, die möglich sind zu einem attraktiven passiven Einkommen. Damit du auch verstehst, was man vielleicht noch besser machen könnte oder was eine gute Strategie ist, bewerte ich auch jedes dieser einzelnen Modelle persönlich. Ich möchte mit diesem Buch keinen Cent verdienen. Die Bücher, die liegen bereits versandfertig bei uns am Lager und ich bitte dich lediglich, dass du dich mit einem kleinen Beitrag an den Versand- und Produktionskosten beteiligst, damit ich nicht am Ende noch Geld drauflegen muss. Die Inhalte in diesem Buch sind die Grundlage für den Erfolg vom passiven Einkommen. Warum verschenke ich dieses wertvolle Know-how in Form eines Buches? Jeder der acht Menschen, die in diesem Buch über ihre Erfolge schreiben, haben sich ihr Know-how schließlich in einem direkten Coaching mit mir angeeignet. Das Coaching haben sie ja auch nicht geschenkt bekommen. Warum verschenke ich jetzt dieses Buch? Ich will dir mit diesem Buch zeigen, was möglich ist und dich überzeugen, dass das, was wir bei Gründer.de machen, wirklich funktioniert. Ich will dir zeigen, dass ich dir weiterhelfen kann und will mir daher mit diesem Buch dein Vertrauen verdienen. Ich weiß, dass passives Einkommen funktioniert, aber viele Menschen glauben nicht daran und dafür habe ich natürlich Verständnis. Mit diesem Buch aber wirst du selber herausfinden, was möglich ist und vielleicht hast dann auch du Lust, dich von mir couchen zu lassen. Aber eins nach dem anderen. Also, wenn du dich auch dafür interessierst, dir ein attraktives Nebeneinkommen durch passives Einkommen aufzubauen, dann klicke jetzt hier auf den Button neben dem Video. Wir geben dein Buch dann schnellstmöglich in die Post, damit du es schon bald in den Händen halten kannst. Ich verspreche dir, du wirst zwar nicht über Nacht Erfolg haben, aber mit ein bisschen Motivation und Arbeit wird sich das Ganze für dich mehr als lohnen. Klicke also jetzt hier auf den Button neben diesem Video und sichere dir mein neues Buch, bevor die erste Auflage vergriffen ist. Dann wünsche ich dir schon ganz viel Erfolg beim Umsetzen und beim Erreichen deiner Ziele. Dann wünsche ich dir schon ganz viel Erfolg beim Umsetzen und beim Erreichen deiner Ziele.